Wir waren sechs, sieben Jahre alt, als wir zu mir kamen und jetzt sind wir zu 15 und das heißt, das ist einfach viele Jahre, die man zusammen ist, die man zusammen arbeitet und das ist die perfekte Vorbereitung, auch so erfolgreich zu sein. Also auch deine Motivation, wie du mit uns umgehst, wie du uns motivierst, wie du uns immer wieder, selbst wenn wir schlecht gelaunt sind oder selbst wenn wir unsicher sind, bist du immer wieder da und sagst, hör mal Leute, ihr wisst was ihr könnt, ihr seid hier vor und ihr könnt das schaffen und es ist auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was du uns dann auch mit auf die Idee gehst. Bis zum nächsten Mal.